Nach links drehen. Nach rechts drehen. Jetzt bitte in den Spiegel sehen. Fight! Wir haben einen Herausforderer. Wie würdest du gerne testen, wie gut du bist, Tiger? Oder werden könntest? Keine Kampfrichter. Keine Regeln. Purer Kampf. Ich mache Tai Chi nicht für Geld. Das ist unehrenhaft. Wir wollen erleben, wie ein gläubiger Mann des Tai Chi zu einem Killer wird. Er meinte, das wäre nur eine einfache Prügelei. Aber das ist mehr. Töte oder werde getötet, Tiger. Das ist das, was ich will. Er findet gefallen. Wieso gewinnst du? Weil ich der Beste bin. Bring's zu Ende! Ich bin nicht hier, um zu töten. Du schuldest mir ein Leben! Du schuldest mir ein Leben! Ah!